Ich heiße Fabian. Unser Projekt ist Fedora. Das ist eine Linux-Distribution, die versucht, sehr schnelle Fortschritte zu machen und immer aktuell zu sein. Wir sind hier, um den Leuten in Österreich das ein bisschen näher zu bringen, da das ganze Projekt ein bisschen unbekannt ist. Das ist cool. Und was ist jetzt hier für die nächsten paar Jahre und Jahrzehnte? Ja, die nächsten paar Jahre werden wahrscheinlich im gleichen Spiel weitergehen wie es jetzt. Das heisst, dass neue Tools, neue Technologien integriert werden, um sie in einem grossen Umfeld zu testen und so sicherzustellen, dass die Qualität erreicht wird. Und am Ende sind diese Errungenschaften dann auch in einer anderen Distribution zu finden. Danke für das Interview. Ja, gerne. Tschüss.